Welcher maskierte Kerl? Achso, der. Der Makoto. Okay. Sagte er, nachdem wir zwei Nebenquests vorher abgeschlossen haben. Ich will ja nur sagen. Von mir aus. Oh Gott. Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Ich krieg Kopfschmerzen in diesem Kopf. Es sind lauter Idioten. Ich bin von Idioten umgeben. Ich will ja eh helfen, aber zuallererst können wir nicht einfach sagen. Ja, weil so funktioniert das. Das ist unglaublich, ja. Warum in drei Teufels Namen sollte ich das tun? Die haben unsere Detektorien mit einem Torpedo abgeschossen. Nein. Nein, ich verstehe den Hass nicht. Natürlich nicht. Ich finde auch nicht geil, was sie machen. Ich habe meine eigenen Probleme. Dudes. Ich würde wirklich liebend gern mit euch zusammenarbeiten. Aber zuallererst muss ich meine Kollegen finden. Ich kann nicht einfach anfangen, mit dem Widerstand zu kämpfen, während ich nicht weiß, ob die Leute tot sind oder... Ich kann nicht einfach anfangen, mit dem Widerstand zu kämpfen. Nein. Wir sind doch keine Unsterblichen. Umopoulos. Ich will überhaupt nichts von ruhig, Leute. Ich meine, wenn es nach mir ginge, würde ich euch helfen, aber Yuma möchte zuallererst die Leute finden. Und das respektiere ich auch. Sie vertrauen ihm alle sehr. Warum alle immer am Dach reden wollen? Die magische Tür, die von selbst aufgeht. Aus dem Sinne ist ja keine bösen Menschen. Ich lausche immer gerne. Ja, aber zuerst schaue ich mich hier um. Sie bleiben hoffentlich so lange im Gespräch. Ich schätze, es ist ein Lager. Überall wurden verschiedene Geräte, Gegenstände abgestellt. Und kein einziges ist es wert, näher betrachtet zu werden. Ich werde wahrscheinlich angeschrieben, wenn ich dieses Zeug nur anfasse. Ich lasse es lieber bleiben. Okay. Das ist ein Stahltrommel. Das ist ein Ofen, der aus einem zerbeulten Rollsickenfass gemacht zu sein scheint. In meinem Leben habe ich noch nie Rollsickenfass gehört. Der war geil. Hey, Meister, gib mir meinen Schubs. Ich verbrenne mich daran. Das ist richtig actionmäßig. So, hier hinten ist gar nichts, nur Müll. Ich würde sagen, ihr solltet mal aufräumen. Aber die Tatsache ist, es gibt sowieso keine Müllabfuhr. Also, es ist ziemlich egal. Ein Banner. Das ist also das Widerstandssymbol. Ah, so wurden die Plakate in der ganzen Stadt aufgehängt, um neue Mitglieder anzuwerben. Äh, ja, so weit waren wir, glaube ich, schon. Da komme ich nicht rein. Kein Weg hinein. Ticke. Im Kühlschrank steht gekühlter Alkohol. Wein, Bier, allerlei Arten von Getränken. Ich möchte mit dir einen Heben, Meister. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche lustigen Geschichten zu erzählen hätte. Es wäre lustig, genug, dich dabei zu haben. Also habe etwas mehr Selbstvertrauen. Ist das ein Kompliment? Ich würde es schon als eines nehmen. Sie findet deine Gesellschaft schön. Das ist lieb. Außerdem, ich weiß nicht, ob du alt genug bist zu trinken, Yuma. Vielleicht solltest du lieber nicht. So, dann lauschen wir doch mal an der Tür. Also, ich weiß nicht, ob es ist, ob es in der Tür geht. Ich will nicht mehr, wenn ich ein Schatz zu erinnern habe. Das ist ein Schatz zu erinnern. So, dann können Sie was von Ihnen zu erzählen, was sie. Das ist ja, wenn du einfach nur ein Schatz zu erinnern hast. Das ist ja, ich weiß, ob es nicht mehr so ein Schatz zu erinnern oder so ist. So, dann können Sie es einfach so ein Schatz zu erinnern. Was sagen wir doch mal an der Tür? Und dann werden Sie dann von der Tür gehen oder so spielen. Daher schreiten Sie einen Schatz zu erinnern. Ah. Oh, Mann. Okay. Der Tresor. Kannst du sehen, was sie eintippt? Hm. Dieses Plakat, neben ihr, das zweite links. Sieht aus wie Elmo, aber so ein stupid Elmo, so ein ridiculous Elmo, so eine Sockenpuppe. Jetzt möchte ich Sly Cooper spielen. Oder Thief. Ich glaube, die meisten Menschen hassen es zu warten, also... Ja. Die ist gewonnen. Hm. Jetzt zieht er sich gleich nackig aus. Außerdem nutzt sie ja für eure Zwecke, also... Na, Gott sei Dank. Eine Waffe? Alter, die ist riesig. Ich meine, was in Dreiteufels Namen glauben diese Leute? Was ich, kleiner Zwutschki, gegen diesen Bären... ...ausrichten würde. Das ist doch lächerlich. Außerdem haben sie mich hergebracht. Ja, dann bist du am Arsch. Deswegen bin ich ja auch panisch. Oh Gott. Oh Gott. Vor allem redest du grad laut. Das Dach wird sicher helfen. Oh Gott, oh Gott. Ist das Dach hier? Ja, okay, ich dachte, das Dach ist hier. Ich dachte, das Dach ist da drüben. Aber offenbar... Oh, da ist eine Feuerleiter. Genau. segregated.. Was ist das? Runterschauen... dann bist du wenigstens weg aber ich glaube ich kann mir nicht vorstellen dass sie uns erschießen werden aber vielleicht bin ich auch einfach ich bin sehr gutgläubig ja deswegen was sehe ich da ein anderer weg es gibt keinen ich krieg die krise ich habe nicht das gefühl dass sie dass er uns erschießen wird oder so weil wie gesagt ich ja ich habe voll abgelehnt ja ich helfe euch ja aber ich wäre verdächtig wenn du sofort ja gesagt hättest es gibt Ich weiß, was ich möchte? Oh? Was? Wie ist denn sowas überhaupt möglich? Ich mein... War das diese vermummte Gestalt, die uns zum zweiten Mal reingerannt ist? Wie sehen diese Hormonkuli aus und... Was? Das ist okay. Als ob sie irgendwelche Vorwände bräuchten eigentlich, ja? Sie könnten ja theoretisch reinlatschen und was aber machen. Ich meine, sie sind das Gesetz. Ohohohohoho. Juma. Ja. Ich meine, nicht, dass es schlecht ist, aber an wen würdet ihr diese Beweise dann senden? Na, an Außerhalb? Hofft ihr dann, dass von außen irgendwie Hilfe kommt, oder? Das ist eben das, was ich mich frage, was fangen sie dann damit an? Wir sind einfach nur mit einem Versuch. Nein, wir sind auch nicht ein Terrorist. Hur? You dass? Okay, ich meine, ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Ich weiß nicht genau, was der Plan ist. Dabei regnet es doch so schön. Sie soll doch genug Nährstoffe bekommen. Ja, ja, ist ja alles schön gut. Jetzt verbeugt er sich, glaube ich, zum dritten Mal vor uns. Mach dich nicht immer, aber alles, so viele Gedanken, mach doch einfach. Vielleicht genau deswegen, weißt du? Du bist ein unbeschriebenes Blatt Papier. Kann ich jetzt ja sagen? Das ist alles so schwammig irgendwie. Und unsere Kollegen sind immer noch verschollen. Oh nein! Darf ich eine Granate herunterwerfen? Hm, damit wäre der Streit auf jeden Fall vorbei. Klar. Oh, wie freundlich. Das sind wir ja die liebsten Leute. Anstatt zu sagen, bitte streng dich an, es ist wichtig für uns. Sagen, ey, wie du. Bin ich so, ja, hm. Ja, hoffentlich. Ja, und ich erst. Ja, und ich erst. Tappeln. Wahrscheinlich. Ähm. Was ist das denn? Das sind einfach nur zerschlagene Fenster da draußen. Das Spiel hält immer was für einen parat, was? Ei, ei, ei. Eine Sache nach der anderen. Sie steht niemals still. Hallo. Oh, da bist du ja wieder. Ja. Ja. Gut. Naja, offensichtlich vertrauen ihm alle. Tja, niemand ist perfekt, nicht wahr? Bett. Das ist ein durchgelegenes Bett. Es ist stellenweise fleckig und dunkel. Es sieht dem Ofa auf dem du schläfst ziemlich ähnlich, Meister. Das ist jetzt aber unter Wasser. Ich hoffe, es geht allen gut. Ja, ich auch. Unser gutes Sofa. Jetzt vermisse ich es doch. Eine Reihe schmaler goldfarbener Spinde. Bitch, where? Ist das wieder dieses Kleid, das blau-schwarz ist und andere sind so gold-weiß? Oh mein Gott. Es sieht so aus, als wären sie alle abgeschlossen. Sie sind verrostet, aber es sieht so aus, als würden sie noch benutzt werden. Warum kaufen sie nicht gleich neue? Vielleicht liegt es nicht in ihrem Budget. Das ist wahrscheinlich das Letzte, wofür sie Geld ausgeben würden. Spinde. Kaputter Bildschirm. Ein älterer Bildschirm mit einem kaputten Display. Wenn er kaputt ist, warum werfen sie ihn nicht da weg? Vielleicht sind da Teile drin, die du noch brauchen kannst. Vielleicht funktioniert er noch. Meister, warum zerteilst du ihn nicht mit einem schönen 45-Grad-Schnitt? Ich glaube nicht, dass das dann richtig repariert. Ich bin so schnell, dass du hierher gehst. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Ach man. Stell dir vor, du würdest so offenherzig über deine Gefühle reden und sagen, Alter, ich bin gelangweilt. Lass uns mal gehen. Der Chef dreht sich wieder um. Entschuldigung. An den Wänden hängen mehrere Bildschirme. Auf ihnen sind Bilder aus verschiedenen Teilen des Kanai-Bezirks zu sehen. Genial. Das ist wie eine geheime Basis oder so etwas. Wie cool. Ach so, auf einmal ist es cool, ja. Vor ein paar Minuten war das das noch nicht. Werkebrnk. So, jetzt bauen wir uns hier, keine Ahnung, Dead Rising Style. Gut, eine Uhr ist wieder vorbei. Dead Rising Style bauen wir uns jetzt hier, keine Ahnung, irgendeine Waffe. Sieht aus wie die Werkbank eines Widerstandsmitglieds. Das sind mehrere Werkzeuge, mit denen ich nichts anfangen kann. Da könnte etwas Gefährliches darunter sein. Also frag besser nach, bevor du das anfasst. Ja, ich werde meine Hände bei mir behalten. Das ist wahrscheinlich das Intelligenteste an der Sache. Er ist sehr unglücklich. Okay. So, die Küche haben wir ja schon untersucht gehabt. Überraschend gut. Gut, und sonst, das Regal haben wir auch schon, aber mal schauen. Okay. Gut. Dann reden wir mal mit dem Servan, oder wie er hieß. Ich hoffe, dass wir unsere Kollegen unterwegs finden werden. Während wir das tun. Vielleicht laufen wir ja wem über den Weg. Moment, ich mache mir wirklich langsam Sorgen. Und wenn wir die treffen, erzählen, was, was, wie glaubst du, wenn sie reagieren, wenn wir sagen, ja, also, ich bin bei einem Typen gewesen, der den Hellsmile bei sich empfangen hat, aber die mochten sich nicht. In dem Kawasaki-Tower, dann bin ich vom Widerstand entführt worden. Und, äh, jetzt bin ich gerade bei einem Auftrag zu erledigen. It's crazy, man. Wenn wir nicht mehr, dann haben wir keine Antwort auf den Angriffen. Wenn wir uns nicht mehr auf den Angriffen haben, dann können wir uns nicht mehr auf den Angriffen. Wir müssen uns wiederholen, also, zurückkommen. Ich weiß, was wir hierher. Wir müssen uns nicht finden, um die Gefahrung zu finden. Wenn wir finden, dann können wir nur die Gefahrung des Angriffen. Ich weiß, was wir tun. Ich will. Ich will. Sobald alles erledigt ist, werde ich dich über den Empfänger kontaktieren. Pass auf, dass du nicht erwischt wirst. Ich werde aufpassen. Na gut. Dann machen wir uns elf. Nach draußen. Wir haben hier eh nichts mehr zu erledigen, oder? Er ist gerade stehen geblieben. Okay. Sie ist deswegen von Anfang an ja gesagt. Es läuft ja nie wie geplant. Ich meine, hast du dir die letzten paar Stunden angeschaut? Na ja, damit müsstest du dich ja am besten auskennen. Nein, natürlich nicht. Du musst nicht bemerken. Du kannst dich alle suchen. Das ist die最 Das ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Mensch. So, dann gehen wir. Das ist mein Handy. Das ist mein Handy. Ich hasse sowas. So müssen Sie immer diesen Vibrationsalarm benutzen. In Filmen und Serien ist es vollkommen egal. Jedes Mal, glaube ich, mein Handy vibriert und dann kriege ich einen Herzinfarkt. Das ist ein Zettkau-Tcher. Dann, ich werde mit dem ersten Kameras anrufen. Ja? Ein Geschäftswettler? Okay. Wer kommt denn da ins Bild? Hallo? Ich werde mit dem Spion. Okay. Vom Detektiv zum Spion. Ja, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen umschauen. Ja, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen umschauen. Schatzis. Schatzis. Um Satchis Besorgung gekümmert. Ist es vorbei oder hat es gerade erst begonnen? Was? Sie haben dir einen Aufräumjob gegeben? Das ist ja Mist. Nun, Doja hat sich vielleicht verändert. Aber mit dem Widerstand wird dieser Ort bald wieder auf die Beine kommen. Gib da draußen alles. Sieht aus, als hätte der Mensch dich für einen Mitglied des Widerstands gehalten. Ja, lass uns einfach weiterhin so tun. Ja, du. Lieber das, wenn was hier hinten los ist. Müllhalder. Eine Mülldeponie. Aber der Müll quillt über. Sieht aus, als würde er schon lange hier liegen. Das sind die Slums. Da ist niemand bereit, ihn aufzusammeln. Und würden sie es schlecht machen, würde ein Mensch sie angreifen. Hm. Okay. Whatever the fuck that means. Oh, da ist eine Katze unterm Auto. Ist aber gefährlich. Ah. Bist du deshalb dem Widerstand beigetreten? Exakt. Um einen friedlichen Ort zu schaffen, der frei von Unterwerfung ist. Ich mag jetzt allein sein, aber viele Verbündete zu haben, ist der richtige Weg. Ich brauche ab sofort auch deine Hilfe. Ich denke darüber nach. Oh, P-P-P-P-P-P- Learning. Hier ist hier irgendwas. Ein Auto. Nö,かな-aut-eine-autocentation. Das ist natürlich sehr oberöse Auto. Hm. Komotizia-Grimmi... Sorry. Es verrostet. Wahrscheinlich, weil es vernachlässigt wurde. Ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Nur weil etwas unbrauchbar ist, heißt das nicht, dass Mensch es wegwerfen sollte. Ich habe dich ja auch noch meister! was haben wir denn da sonst noch irgendwas hier hinten ist nichts mehr und schon ganz weiter vorne um kurz so dann gehen wir mal in die richtung